Und das sehen Sie am Mittwoch im Marktplatz Neumarkt. Das heimische Klassenzimmer. Welche Erfahrungen konnten die Schüler aus dem Landkreis mit Homeschooling sammeln? Außerdem, mein rechter, rechter Platz ist leer. Wie werden die Veranstaltungen in den kommenden Monaten aussehen? Und die Mischung fürs Barbecue. Jörg Heiler hat Tipps für Soßen selber machen. Das und mehr am Mittwoch. Ich hoffe, wir sehen uns.